Frau Professor Statter, Sie haben heute hier einen Vortrag gehalten, die erste Keynote des Tages, haben Sie quasi die Veranstaltung mit eröffnet damit. Es ging um den Vortrag Transformation als Chance für ein innovatives Schadenmanagement. Sie sind heute das erste Mal auf dem Messekongress. Was haben Sie so für einen Eindruck? Gefällt es Ihnen? Ja, ich bin tief beeindruckt. Ich möchte sogar sagen, wow, die Anzahl der Teilnehmer, die Anzahl der Stände, das Ambiente hier, es passt einfach perfekt zum Thema Digitalisierung. Dankeschön. Dankeschön.